und die belagern dann noch irgendwelchen kackdreck du läufst jetzt natürlich kommst du noch rechtzeitig weg oder kommt so rechtzeitig rebellen ausstand nie war ich glücklich über ein verkehrt das machen sie natürlich schneller ja ja natürlich gut jetzt kann ich auch vergessen habe ich noch truppen legen wo ja gut ich kann ich auch gleich aufgeben konnte man nicht irgendwo funktioniert das nur damit dieses wollen die überhaupt ja geil ja was wollt ihr alles wollt alles da unten ja pisse dumm ja was wollte denn noch ja das geht gar nicht aber okay aber ich soll noch gehen näher in die unabhängigkeit entlassen ja das geht nicht was wundere noch ist klar ich kann euch nicht beides geben ihr dummen idioten ja gut die wollen keinen frieden und ich habe keine armee mehr um sie aufzuhalten ja dann kann ich mir das immer noch gas geben ja 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 dann schon besetzt erstaunlich wenig problem ist halt ich habe neu ich kann den sieg sehen großartig das läuft immer wieder wunderschön ich sollte mehr let's place daran machen ja gut ja gut ja gut ja gut ja gut ja gut hätte ich wenigstens eine Riesen-Schallstöcken gewonnen naja das sind ja 60.000 das denkst du nicht mal schön dass immer vorbeigekommen ja 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 toll was soll ich denn machen ich kann ja keinen Frieden wahren und ein bisschen pissen ihr nehmt doch alles das wollt ihr auch nicht toll bestimmt noch mal drüber geredet haben wollt ihr nicht endlich mal so Frieden mit mir machen ich meine ja ich würde ja Frieden machen aber ja da löst sie man ja nie auf ja und das sind meine einen alle weg egal das habe ich mir auch gewünscht so wie wäre es wenn ihr einfach mal mir Möglichkeit gebt versuchen wir es nochmal vielleicht geht es ja inzwischen das wollt ihr das wollt ihr das wollt ihr das was wollt ihr denn noch ähm ja toll ich würde es ihnen ja geben sie nehmen es ja nicht das ist auch irgendwie absurd die KI stellt Forderungen die sich gegenseitig ausschließen verarschen kann ich mich selbst ich kann das nicht ihr entlassen Neapel geht auch nicht wie lange eingeschränkt geht auch nicht oh ich will ihnen noch ganz viel Geld geben wie das wie gewohnt denn die auch viel viel zu viel oh wow so einmal alles verstehe ich verstehe schön dann kann ich ja jetzt wieder wow minus 1351 ich nehme jetzt erstmal einen kleinen Tribut oh ja und jetzt kommen natürlich auch die Rebellen wieder zu mir ich würde erstmal das da kann ich hier mal ein bisschen aufschlösten ähm kann man hier nicht irgendwie Bankrott erklären äh wie viel Darlin tilt oh Gott ähm ähm ich sehe nicht dass ich die noch tilge ähm ähm gut diese Einheit kann ich wie viel soll das kosten spinnst du gut gut von Krott erklären Zinsen ich habe keine Armee 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 kostene Ideen Autonomie ich oh Oh ich brauche ich nicht kostetechnologie bis 50 Prozent das ist natürlich hart fünf Jahre lang nach Schnell Ach was ich das Moment das stand da jetzt aber nicht Oh komm das stand da jetzt aber nicht hm gut ja damit hab ich mich grad Da stand da nicht, dass ich da irgendwie hier auf... Da stand da nicht. Oh, geil. So eine Katastrophe. Da stand da nicht. Da stand nicht so ein wegen Minus 3. Habe ich das überlesen? Ja, wahrscheinlich. Ja gut, das war jetzt natürlich richtig klug. So, Österreich. Wie sieht es denn aus mit einem Bündnis? Nein. 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 Portugal ist immer noch von... Ja. Burgund, nein. Okay. Ja, das wird jetzt bestimmt richtig gut laufen. Hm. Ja, der läuft einfach mal durch. Ja. Uff. Bauen wir mal ein paar Feinschützen. Wenn ich jetzt irgendwas habe. Wie kommst du drauf, ob ich danach Japan spiele? Wie kommst du drauf, dass ich danach überhaupt noch eine neue Runde starte? Ich meine, ich muss ja auch mal fertig werden für den Multiplayer. Was soll Katharina sein? 4, 3, 3, 3, 6, 5, 4. Werden Werk vollendet? Über den Meti Winnern würde es vorstellen, wenn sie hier schwagt, lang der Schreiber. Eh, Tochter hier. Hm. Sarah ist ein hübscher Name. Oh, 6, 5, 4 ist natürlich schon. Äh, die Prinzessin ist, ich habe irgendeine Errungenschaft freigespielt. Ah, ich habe bald wieder Aufstände. Ja. Hm. Okay. Die werde ich jetzt einfach niederkämpfen. Ähm. Ich weiß zwar nicht womit, aber ich bin sicher, das wird großartig. Ja, 33.000. Ja, sehe ich jetzt das Problem nicht. Ich habe doch 3.000. Puh. Aber ja, ich mache wieder ordentlich Kohle. Vielleicht soll ich mal einen Berater einstellen oder zwei. Steuereinnahmen global. Ja, das nehme ich mal. Und, äh, Disziplin wäre geil irgendwie. Plus 5%. Kostet mich aber halt einen Haufen Kohlen schon wieder. Moral flottet. Diplomatische Reparation. Die brauche ich momentan. So, ich sehe mal ein paar Hufen. Ich sehe meinen Sieg vor Augen. Sieg vor Augen. Ich habe es doch gerade erst integriert. Jetzt wollen die schon wieder gehen. Was soll denn der Unsinn? Oh. Toll, dass der Pisser schon wieder da, der gehen wollte. Achso, ich vermute mal, du hast... Du bist immer noch im Krieg, aber du gewinnst nicht, oder? Nein. Ich bin einfach froh, dass ich da nicht mit reingemarschiert bin. Ich sollte mir jetzt bitte 33.000 Mann abonnieren. Ich könnte Söldner anheuern. Ja, aber das kann ich mir nicht leisten. Schön, dass wir mal drüber geredet haben. So. Dekorativ auch mal eine Kanone bauen. Puh. Lief schon mal besser. Sag ich auch jedes Mal. Was wollen die überhaupt? Die Habel wird eine freie Nation. Nee, das möchte ich ja nicht haben. Mit den Bedingungen sollen sie wegen weiter bieten. 27. Moment, was? Ich habe nur noch meine Transportschiffe. Wie sind die denn da entkommen? Die sind alle veraltet. Ja, geil. Das ist ein guter Zeitpunkt, dass ich nach Übersicht zu verpissen. Jetzt bin ich auch noch irgendwelche Embargos verhängt. So sieht es denn aus. Wie müsste ich denn da noch drauflegen? Argon ist bankrott. Zu viel! Zu viel! Ich brauche mir freischützen. Die werde ich wahrscheinlich nicht aufhalten. Aber einfach mal so lange wie möglich hinauszögern. Ach, komm schon. Jetzt ist auch noch diese scheiß Druckerindustrie aufgetaucht. Jetzt schon? Es ist spät soweit. Wo ist denn das Ding aufgetaucht? Kassel. Na geil. Ja, toll. Ach, krass. Die alte gefördert. Boah, dein Prestige hier. Hör das Ding wieder auf. Hör ich schon auf Japan? Ich dachte, du spielst das Spiel so gern. Hör das Ding wieder auf. Ja, aber ich muss das auch fertig haben, wenn du ein Multiplayer irgendwann mal spielst. Ich weiß ja nicht, ich müsste mal wieder fragen, wie weit die sind. Jetzt soll ich mal auf Normal spielen und dann Iron Man. Anstatt immer sehr schwer. Aber auf Normal kann sie eben jetzt auch wieder. So, innere Konflikte. 54, ja, geil. Ja. Brauchen wir schon innere Konflikte. Was muss ich denn hier tun? Was muss ich denn hier machen, um das abzuwehren? Oh. Hat sie erledigt. Hat sie schon erledigt. Ich muss dieses Bankrott mal loswerden. Ob ich mit denen ein Bündnis zustande bekomme? So, ich würde gerne weiter integrieren, aber ihr wollt nicht. Nächstes Mal expandieren wir nach Frankreich, wenn ich nochmal irgendwas da unten spiele. Puh. Moment, kann ich ohne Kriegsschiffe die Flotte, das Dingbrückchen, auswählen mal, das blickste Kriegsgaleere. Ich würde damit leben müssen, ja. Was interessiert mich jetzt Salz? Ich habe ganz andere Probleme als irgendwie das Kack Salz. Ich habe keine drei Stunden danach noch nachher gezockt. Ich habe noch DOS-Spiele sortiert. Ich muss ja nicht zocken. Oh, wo gibt es denn jetzt als nächster Rebellenaufschnitt? Ach, Tunesien. Ja, klar. Werde ich auch nicht verhindern können, oder? Ja, 33.000, 31.000. Ich habe nicht mehr 20.000. Was machen wir auf meine Kolonien so? Da wird noch dran gearbeitet. Sie führt irgendwo hin? Ich kann es nicht mal sehen. Großartig. Ich habe doch noch gar keine, oder? Ich habe noch Kasteln. Achso, das siehst du ja, Kasteln. Nee, das zählt nicht. Kasteln spiel aus, das Tieren zählt nie. Ich bräuchte jetzt dringend mal ein paar Verbündere. Aber ich will keiner was zu tun haben. Weil ich bankrott bin. Ich wünsche dir, ich wäre nicht bankrott. Das wäre toll. Willst du mich jetzt eigentlich verarschen, du Drecksspiel? Ja. Könnte der jetzt endlich mal fertig werden, dieser scheiß Galere. Komm. Ja, jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Komm schon, wird fertig. Danke. Jetzt raus da. Kannst du das Ding auch gegen Rebellen blockieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, du stehst falsch. Ich glaube nicht, dass das jetzt als blockiert gilt. Österreich will immer noch nichts mit mir zu tun haben. Sehr schön. Nein, werden sie nicht. 31.000, ja. Ja. Ich bin mir wieder aufgehört, dann können die mir wieder den Krieger klären. Ich bin mir wieder aufgehört, dann können die mir immer fragen, den militärischen Mann. Ach, nee. Das wird nix tun. Kann ich eben woanders noch? Frankreich magst du mich noch? Gott, Frankreich ist auch schon wieder gelitten. Ich dachte, Frankreich wäre so mächtig, was erzählen die Leute alles für Lügen im Internet? Frankreich ist total kacke. Wenn ihr dann denken, Leute, wenn ihr das Spiel spielt für Frankreich, müsst ihr euch gar nicht sorgen. Ich muss euch gar nicht Sorgen machen. Jetzt habe ich ja wieder eine Katastrophe am Hals. Was habe ich denn jetzt überhaupt? 10.000? 10.000? Uff. Mhm. Na, haben wir hier keine Klärme, der fickt dich. Sag jetzt nimm die Aziz-Guten. Kaufe mir mal alle Diaziz-Irgenjemand. Dann wird das Spiel besser. Haben uns den Krieg erklärt? Ah. Ja, perfekt. Gut, dass Mainland jetzt kommt. Ja, ja, ja. Wie lange dauert es noch, bis ich... Ah, elf Jahre, bis ich wieder einen König habe. Ja, nee. Was würde denn passieren? Maßnahmen. Na so. Ich bin nicht im Frieden. Also... Hey, jetzt könnte ich mich mit den 33.000 Rebellen rumärgern. Ich lasse die einfach mal machen und guck, was passiert. Ich guck einfach mal, was passiert. Ja, die Räume... Boah, ja, die haben schon die fetten Klumpen. Ja, es wird heute ein kurzer Stream. Ah, die Barbar... Die Rebellen haben sich ein anderes Opfer gesucht. Gut. Ja, viel Spaß, Klimki. Viel Spaß. So. Ja, jetzt bin ich dieses Rebellen-Problem in der Harpen losgeworden. Oh, wow. Was wollen die denn jetzt schon wieder anders anbunsen? Oder bin ich ja gleich schon wieder bankrott, wenn ich das jetzt annehme, ne? Was zur Hölle? Was wollen die denn überhaupt? Sienna? Kann ich nicht machen. Kann ich auch nix machen. Hey, dann bin ich ja schon wieder bankrott. Ja, ich glaub, das kann ich dann mir sparen, weil wenn ich dann sehe, dass die da unten noch haben und... Ja. Das war ne schöne Runde. Fick dich doch. Zehne Schicht im Schacht. Ja, es ist gleich zehn. Wird heute Zeit aufzumachen. Ach. Warum machst du das immer zu und danach neu auf? Ich verstehe es nicht. Lief ja mal richtig gut. Hey, ich hab mal Hiefern freigeschalten. Das ist doch auch schon mal was wert. Ach. Das ist doch auch schon mal was wert. So. Das war Aragon. Lief richtig gut. Alter, ich hab kein Glück. Ich glaube, mir muss doch mal jemand alle DLCs kaufen. Kauf mir mal alle DLCs, dann wird's besser. Hallo? Hallo? Siehst du? Ich bin viel effizienter, als du denkst, der Finio. Egal. Das war's mit Aragon. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.